Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Und jetzt sagt er, der, der, jetzt hat er gesagt, das Licht, aber ich bin ja glücklich, so wie es ist. Ich habe ja alles. Es ist ja alles, aber manchmal da reißt mich das wie aus dem Schlaf. Mir fehlt die Erinnerung. Also wenn du mich kennst, du dich an mich erinnerst und auch glaubst, dass ich Harald Müller heiße, dann ruf mich an. Ich bin ja glücklich, so wie es ist. Ich bin ja glücklich, so wie es ist. Ich bin ja glücklich, so wie es ist. Ich bin ja glücklich, so wie es ist.